Hallo, ich bin Pia. Normalerweise begrüße ich euch persönlich auf der Kläranlage, aber das ist leider nicht möglich. Deswegen nehme ich euch mit auf eine interaktive Führung durch unsere Kläranlage. Unser Abwasser besteht aus dem schmutzigen Wasser aus den Haushalten, wie zum Beispiel beim Händewaschen oder beim Klogang. Natürlich haben wir auch gewerbliches und industrielles Abwasser. Und was nicht zu vergessen ist, ist das Regenwasser, was über Regenabläufe an den Straßen in unser Kanalnetz gelangt. In unserem Zulauf kommt das gesamte Abwasser aus Dresden und der Umgebung an. Das sind zum Beispiel Taran, Freital und Bannewitz. Aber auch Bad Gottloiber ist angeschlossen und von dort aus hat das Abwasser den weitesten Weg, nämlich 50 Kilometer durch unser Kanalnetz. Hier stehen wir in einem Teil des Zulaufes, nämlich dem Neustädter Abfangkanal. Hier kommen ungefähr 10 Badewannen die Sekunde an Abwasser an. Würde ich da drin stehen, ginge mir das Wasser bis zum Knie. Bei starkem Regen würde es natürlich um ein Vielfaches ansteigen. Bis zum nächsten Mal.